Zieh ich mir an, Schatz. Ja, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Part 3 jetzt. Okay, diesmal leider ohne Iron Man, ohne Fuckabitch. Weil er kacken muss oder so, keine Ahnung. Seid lecker, ich kann euch nicht schlagen. Ja, und wenn Iron Man kackt, dann dauert es zwei Tage lang. Hä, warum kann ich euch nicht schlagen? Ich kann dich nicht schlagen. Okay, wir waren da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. 3, 4, 5, 6, bei der 17 Etappe mal sehen, wie wir uns diesmal schlagen. Lass, nicht schlagen, warte. Okay, fängt auf jeden Fall, okay. Fängt immer geiler. Ja, wollte ich eigentlich sagen. Nein! Oh mein Gott, wo? Nein! Okay, also ich hab den Notemi wieder dabei. Jo. Alter, ey, mit... Dann den... Maxi King. Hallo. Alka-Arme, Vipo, Alka-Arme, Maxi. Ey, Leute, mein Typ, mein Typ sprintet nicht mehr. Nein! Nein! Uiuiuiui. Fackabitsch. Uiuiui. Ich fang schon wie Bob smile an, Alter. Los, Spare, los! Oh mein Gott! Das war so knapp. Ich hab dir gleich in die Ecke gesprungen. Okay, jetzt schaffen wir's. Achso, Vipo, nach einer Station bitte stehen bleiben, ne? Ja. Wir warten, äh, gegenseitig. Das Minecraft LP beruht auf Gegenseitigkeit. Also auf diese Gegenseitigkeit? Ja, genau. Ui. Mit einlochen und so. Oh, ich bin nicht auf den Turm Jumping. Alter, ja, ich auch nicht. Bei dieser Druckplatte, äh, bei dieser Half-Step. Boah, Maxi! Ja, nicht schlagen, nicht schlagen. Nein! Hahaha. Leute, wie soll denn das so was werden? Uiuiuiui. Fängt ganz toll an. Jo, find ich auch. Okay, warte, jetzt. Ah! Nein! Wie kommt man denn da hin, Alter? Ich hab ne Idee. Vipo, sag du doch mal was. Warum haut ihr mich die ganze Zeit runter? So, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft? Okay, jetzt auf diesen Half-Step. Ja, nein! Ich bin, ich bin über den Half-Step drüber gesprungen. Vipo, ich springe auch die ganze Zeit drüber. Okay, warte, so. Okay, der ist nämlich... Na, ganz toll, rückwärts runtergefallen. Ich bin einfach zu gut für dieses Spiel. Pale. Also, ihr könnt somit... Oh, hab ich das geschafft. Wir sind die größten Noobs, die es gibt. Nein! Ja, vor allem im Vipo. Also, am Anfang zurückgehen, so, so. Ich bin nicht. Und springen. Sehr nice. Wie du einfach oben bleibst. Okay. Ich bin Cheater, ich darf oben. Leute, Vipo, wie schaffst du den Scheiß da immer? Nein! Ja, du musst einmal spät abspringen, sonst kommst du da nicht rüber. Ja. Also, ich schaff's mittlerweile. Aber diesen, diesen, diesen... Ja, den meinte ich ja. Diesen Seid... Ach, den denn. Nein! Ich... Oh mein Gott. Also, wie oft bin ich heute schon gestorben? Oh, ich hab'n Hund gehört. Und nicht meiner. Meiner ist vor kurzem gestorben. Ernsthaft? Und jetzt alle in den Kommentaren schreiben. Armes Temi. Temi, sein Hund ist gestorben. Hm, jo. Irgendwann mal. Weiß ich nicht. Ja, eine Runde Mitleid. In Form von Daumen hoch. Also, Leute. Gebt einen Daumen hoch. Aber weil's Temi ist, ist es mir egal. Gebt einen Daumen hoch und Temi bekommt einen neuen Hund. Wie? Ich bekomm einen neuen Hund? Nein. Geil. Ab 30 Daumen hoch kaufe ich Temi einen Hund. Genau. Umso öfters, äh, umso mehr Geld Schwabby verdient, umso besser, äh, ne, umso besser bekomm' ich einen Hund. Ja! Ich bin erster. Port mich mal. Ja. Nein, nein, der letzte wird nur geportet. Nein. Game Mode 1. Ja, komm, bei dir machst du sofort, äh, nach, ne? Oh. Nein, ich hab' nicht nachgemacht. Ich guck' euch zu, wie er am Abnuchung seid. Du Hund! Okay, Temi, komm. Okay, Temi, jetzt hier drauf und ganz spät abspringen. Genau. Okay. Okay, Wippo, schaffst du es dieses Mal? Okay. Ich will auch Game Mode 1 bekommen. Ja, damit du einfach drüber fliegen kannst. Ne, ne, Temi, so ist es nicht. Nein! Wer schafft diesen Sprung? Ich muss mal wieder meine Wut auf. Boah, ich hatte es gerade eben die ganze Zeit geschafft, ey. Ne, warte, das hier. Ja. Oh, wie komm ich denn hier? Kommt, Leute. Boah! Ich guck eben kurz was. Okay. Ja, jetzt gerade hab ich es geschafft, ne? Ja, und dann fällst du halt. Okay. Warte, ich mach, ja, komm. Komm, komm. Okay. Gut. Port mich, port mich, port mich. Sehr nice. Okay. DP, X, oh, Temi, warte, wir geben dir noch eine Chance. Nein. Geh mir jetzt extra versammelt. Du bist so schlecht, du kannst eigentlich gar nichts. Hm. Muss mich nochmal voranzukommen. Okay. Wie? Ja, ich warte, tut erst. Nicht schlagen, ich hab nicht gesaved. Ich hab nicht gesaved. Ach so. Okay, time, set, night. Ich geh in die Mitte. Sleep. Nein, da schlaf ich, du Hobo. Schlaf ich halt daneben. So. Okay, also hier, du gehst nur auf die Holzplatten, ja? Sonst macht's hier Boom, dann war's das mit damit. Ja. Okay, ich, warte, ich. Dann geh ich da echt, echt klar rauf. Maxi, geh mal weiter jetzt. Nein. Scheiße. Nein. Was soll das? Okay, Leute, wir müssen es schaffen, weil... Hm. Oh mein Gott. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Was? Weißt du das, Temi? Nein, das war... Das war ich nicht. Oh mein Gott. Ja, das können wir jetzt nicht schaffen, Leute. Aber irgendjemand... Man schafft das trotzdem. Oh mein Gott. Hä? Oh. Kommt hier nicht hoch. Ihr Toll, die Betten habt ihr auch kaputt gemacht. So, Temi. So. Ging... Ey. Ey, hier kommt man nicht hoch. Ja, eben. Deswegen. Maxi King 2, 5... Wie normal 2, 5, 9, 1, 7. Mhm. Was steht hier? Time set... Hä? Ich wollte nicht geportet. Oh, ich hab ja... Ich hab zwei Schilder. Ich hab zwei Schilder. Ich hab zwei Schilder. Ich hab zwei Schilder. Nein, nicht hier. Nein, bitte nicht. So. Schlafen. Ich hab die Zeit gesättet, Knight. Ich bin so dumm zu schreiben. Ich hab zwei Schilder. Warte. Warte. Okay. Habt ihr gespeichert? Nein, noch nicht. Speichert, mein Lieben. So, du auch. Maxi King. Okay, nice. Kommt jetzt. So. Was steht hier? Existema. Oh, ich seh nix. Hä, what the fuck? Ah, hier gibt's wieder Ben. Komm, schneller, schneller. Ah. Autsch. Ey, hau mich nicht, du homofatze Gesicht. Okay. Speichert eben. Okay. Schlafen, Maxi King. Ich hab jetzt schon... Schlafen. Komm jetzt runter. Ja, ja, ich komm. Toi, ich hab... Also, schlaf. Hast du? Ja. Okay. Was ist das? Willkommen zum Zandy-Tempel. Das ist Temi im Lava. Go fucker bitch! Ah, du Huston! Mann, schön vier... Fackel. Nein! Nein! Jetzt hab ich mir schönes Bett verloren. Warum ist es hier so dunkel? Go fucker bitch! Irgendwie ist der Block bei mir... Da hörst du das Ding abzubauen. Ja, das... Sieht's bei dir auch so aus, ob das jemand abbaut? Ja. Ja. Die bei mir auch? Weil, also... Bei mir nicht! Guck. Nein! Brennen und brennen und brennen... Gesundheit! Danke. Schönheit! Oh mein... Schönheit! Oh mein... Ganz du gebrauchen, Simi! Ganz du gebrauchen! Simi, Schönheit ganz du gebrauchen! Ich komm nicht mal auf den ersten Block! So! Wehe! Nein! Oh! Okay, sehr nice! Ich hab's überlebt! Oh mein Gott, ist das ein weiter Jump! Alter, ist das ein weiter Jump! Ma! Wir im Wasser! Ey! Ich... Ich muss mal ein bisschen Cheat'n grad! Ah, du schießt gar nicht! Mies! Den Block nicht bekommen! Naja! Was machst du hier?! In der Regel steht keine Map zerstören! Die ist schon nur vorgelegen, ich hab kein Wort verstanden! Ich hab's geschafft! Äh, du, Temi, äh, in der Map steht kein... man darf nichts zerstören! Ja, toll! Frugel sagt! Warum hast du ein M hinten drauf? Steht das für, äh, Mogo! So? Nää... Nääää. Es hieß eigentlich... … auf den alt Server, wo ich geh- Ah! Gespielter Moderator! Ach so. Dann daraus halt noch mal ich bin, ..ур煨. Ah, das war's noch noch malues stöhnt, war Moderator, ja?! Das war schon fertig! Das war schon fertig! War schon fertig? Ja dann, dann... Nein, Nein! Er muss mal anfangen! Nein, er muss mehr anfangen! Ich portet dich gleich, wenn du ihn geschafft hast! Go Moderator, ich infini! um mann ich habe ich habe es und das ist ich schaff's noch mal m das Problem ist dieser Jump hier hier schwammeln schwammeln ja okay war auch schon drüben komm 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 noch ein Minuspunkt und wie im LV-Punkte ich habe vergessen zu sehen aber in der Klinik ist neil hier ist es so weit wenn die Verunigung ist in die Tümpel weiter da ein muss ich noch mal vor bin ich da hätten wir was zu tun hier schaubel ich bin kurz auf kann ich komme nicht wieder an der Saison ja mal ein k neid das nicht ich muss nicht aus Schildern schreien immer diese Unfähige ne komm jetzt doch nicht nach ok ja komm geh vor ja geh vor ok Demi war's hier Schwabbelbebauch ja so hier ist aber gar nicht so tief oder wir sind nach unten glaube ich ich glaube wir gehen das voll falsch an wieso inwiefern hast du auch einen Block zerstört ey warte doch mal ich guck grad rum du Opfer jetzt bist du tot keine Zeit sondern gucken ich komm da nicht auf den Block rauf ja dumm und nein das Schild irritiert du mach das Schild weg und dann kannst du genau gucken wo du abspringen musst oh mein Gott oh mein Gott temi war hier o.o dann ok das war ein Failjump trotzdem komm ich da nicht drauf ja pfff dann probier bisschen das 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 scheiße nein bitte nicht schlagen jetzt oh mein Gott ich komm da echt irgendwie auch nicht drauf hm da kommt man nicht rauf doch ich bin wieder drauf ich hebe bloß nicht fein davon ist nie Druck uh so ne dann ey da kommt man nicht rauf Concentration ja du musst übers Spiel abspringen oh oh mies war drauf nein oh mein Gott hm würd mal sagen doof ich feil immer dann weil mein Typ nicht sprintet mies ja und ich immer wenn mein Typ nicht springen will so hm mies erster Block geschafft wuhu diese an der Füße von der Städte ja muss die Tee ne oh doch nicht rote Wolle nur rote Wolle wo nicht geschafft also und nahe sie sind ja für uns ein Bonus-Challenge oder so am Anfang stand er muss und rote Wolle naja auch wenn ihr fällig jetzt werden wir hm go fucker beach so mach mach so ok go fucker beach was machen wir jetzt mit Maxi Kim der bleibt da der kann gleich hinterher nein der kann gleich hinterher kommen so ja der steht hier mal der bleibt hier stehen oh ne mit diesem Wand klettern und so ach du scheiße oh mein Gott muss man da ran ja da musst du ran hm oh ah mies war schon dran oi dat wird ne Challenge ja das wird wieder ganz lustig oh ich war doch schon dran warum darf ich nicht shift auf diese scheiß Leiter hm welche Seite muss ich denn boah wie bist du da rangekommen hm wa ja ja sehr nice sehr nice neiiiin letzte Leiter gefehlt ach du scheiße fuck ey fucking neiiiin oh mein Gott was mach ich denn da oh mein Gott mach mal Regen weg ja wie bist du laut ne ich hab so laut oh mein Gott wie homo nein oh Vipo ist immer noch nicht da Vipo 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 ok naja Leute also das war's mit der ersten Aufnahme Timi noch hier runter schubsen oh Timi warte ich schreib grad was ich kann dich nicht schubsen you don't have permission Mies Mies ich hab keine permission zum King alter ja so nicht ok also Leute wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme naaa bis dann ciao